Der Junge hier, der sucht seinen Schlichtpfad, der hat seinen Asthma-Sprich dabei, der muss ja irgendwo sein, könnte er einen ausrufen. Ist er jetzt hier dabei oder ist der Vater hier dabei? Das ist noch anstrengender wie die normale Benzerte, das muss man sagen. Ja, ich glaube, das ist ein Schlichtpfad, das ist ein Schlichtpfad. Ja, ich glaube, 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 das ist ein Schlichtpfad. Auf dem Platz, ich habe hierhin bei einer 30K Fahrstation ein Fahrzeug, ich habe am Rompach stand ein Fahrzeug und ein Stopp unter einem Rollkampf. Ich habe hierhin mit einem Rompach stand, aber ich habe hierhin mit einem Rompach stand, ich habe hierhin mit einem Rompach stand. Ich denke, die ist an. Oder sie wirkt so her, weil die Sonne drauf scheint, aber ich denke, die ist an. Wofür ist ja die Lampe gut? Na, die ist, wenn abends, wenn es dunkel ist, das wollen wir ja noch mal sehen. Ach so. Dann haben wir ja weiter kein Licht. Kann man die nicht ausmachen? Na, die ist aus, aber die da ist noch an. Ja. Vielen Dank. 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 Ja. 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 Ja.